Wieviel vier hast du von dir, was ihr habt gebraucht? So wenig mal? Wieviel vier habt ihr mitgebracht, ihr habt von dir? Oder was ihr habt in vier Hohle? Und bloß was ihr habt in vier Hohle, dann bist du auch reich. Wir sollen auch vier mit haben. Wie sollen wir uns aufstellen von meinen Lern? Ich habe von dir meine Lern, von Gott. Wenn wir uns aufstellen, das kann ich von dir, das ist spiritual warfare. Und ich glaube, das wird uns frühsachen von dir. Und das wird uns viel geben. Wir werden uns viel durch den Dachstützen von dir. Wenn wir uns aufmerken von Gott. Und worum sage ich dir, wenn du etwas schwingst, oder du hast, wo du schlauchst, die Donkeys, die Thiererys hast, worum sage ich dir, wenn du etwas schwingst, wenn du etwas schwingst, wenn du etwas schwingst. So ich kann etwas ausschuldigen, wenn du etwas schwingst. Wenn du was schwingst, wenn du etwas schwingst, wenn du etwas schwingst, wenn du das nicht schwingst, und ich werde eine Bede und ich werde etwas schwingst, und ich werde eine Körnere anwohlen. Vielleicht ist das los, weil du keine Wiener sich verstärken. Ich sage, das habe ich mir hier von dir ab. Das ist der Klecktau. Die Möchte bekommen, weil er bei sich viel schafft. Da dachte ich, dass er grün ist. Ich sage es gleich. Niemand weiß, wie er bei sich viel schafft. Er kamen in der Hüsten, und probieren sie in der Früh, bis die Leute zu machen. Aber das ist auch einfach. Das war bei sich viel schafft. Und deswegen, weil er bei sich viel zu jählen, was er nicht sah, was wir uns versendet haben. Da kamen sie in der Woche, und er war eine Plätschule. Er war nicht hart. Manche haben alle Antworten, was er geschafft. Und er war ein Fiend, was die Menschen macht haben. Wir haben ihn zu tun, 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 und wir haben ihn zu tun, wir haben ihn zu tun, das ist, dass sie nicht mehr tun müssen, um was sie mehr erleben bleibt. Er kamen von der, ich habe ihn beden, ich habe ihn beden, und er war ein Fri beden, und er war nicht in der Hüste vor, und er war ein Fiend, er prober, er hat die Nürstie geholpen. Dann ist er ab zu dir, frei zu bleiben. Dann ist er ab zu uns, wir wollen, du sollst auch was nicht tun. Und wenn sie nicht tun, wir wollen, die Menschen hören, die Menschen hören, und sagen, hey, especially nicht, wir wollen die Antwort von Gott. wenn sie nicht tun, die Menschen hören, wenn sie nicht tun, wir kommen, wir wollen die Antwort von Gott. Das heißt, wir wollen die Antwort von Gott. Gott ist ein Ding, die du wachszüchst und was nicht tun und was tun. Das heißt, Gott ist ein Ding, das du was in action nehmen. Gott blüht mit dir, du hast dir mal was kann ich sagen, dass du meine Kraft hast, was du bei dir findest. Wir haben aufgehängt mit Colosse Kapitel 2 vers 15. Den Fortschritt habe ich 100 Mal gelesen, und du warst dann wahrscheinlich auswählen, das sagt, ein Haft, der ihr wollten in geste Hörschaften ihre Kraft wahrgenommen, habe ich mir gesagt, dass du ein Absagen für die Menschen und die Leute aus der Fortschritt genommen hast. Gott weiß uns, wer ihr den Fortschritt findet, und ihr habt den Fortschritt aus der Fortschritt genommen. Jetzt denkt ihr, ja, das Projekt ist vorbei, Gott ist fertig, ich zahlre, aber es ist ein Burra fertig, ich stehe auf, dann habt ihr den Fortschritt, in den Senat angeräumt, und er kann nicht zurück, und er kann nicht mehr und es ist der Fortschritt. Aber wenn du das nicht überrasst, dann hast du das Fortschritt. Und wenn du das nicht überrasst, dann hast du das Fortschritt. Wenn ich in den Senat lebe, dann lebe ich das Fortschritt, wenn ich das Fortschritt da nicht nachher drübe, dann muss ich das Fortschritt gehen. Und ich wollte nicht, dass ich das Fortschritt von da und nach nachher schaue, würde ich das Fortschritt auf der Schrift gehen. Und die Menschen habe ich gelernt, wie ich das Fortschritt am Fleisch finde. Und das Fortschritt am Fleisch, wie ich das Fortschritt, ich wollte das Fortschritt, weil der Fortschritt in der Früh, der Fortschritt in der Früh, weil immer das ist, ihr wollt ihr einen anderen Fortschritt, wo ihr euch einen Bruder oder so, oder den jetzt dort, wo ihr das Fortschritt angetaucht habt. Das ist, was ihr hier war. Das ist, was ich finde, wenn ihr das Fortschritt auf, wo ihr das geschaut habt. Ich sage mal, es ist eine fehlklinische Stube, wo es alles für die Böse fängt, rühmhaft zum Schöpfe. Es hat keinen Rühm, den man die erste Arche in die Hand bringt. Das ist eine fehlklinische Stube. Aber was ist das eine fehlklinische Stube? 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 Was ist das für mein Leben? Für mein Leben? Ich fülle mich im Basik und ich sage den Menschen, dann hol ich den Füßen nach. Und wenn ich sie gleich für den Leib, dann habe ich die Töne Kleidung. Ich sage die, dass man sie nicht mehr so weiß kann. Es ist das eine fehlklinische Stube, nicht mehr so weiß. Was wäre das eine fehlklinische Stube? Warum das ist das eine fehlklinische Stube? Sch предложiert die Böse, dass wir nur eine Queste sind. Wir wissen, was wir auch nicht. Wir wissen, was wir auch nicht, was ich sage? und von der ist ein Tag, wo wir hier sind, wo wir frei waren, wo wir alle von der Lehre waren, wo wir nicht eine Hüße waren. Ich verstehe nicht, dass ich hier ein Bad habe, weil hier ist ein Bad. Wir sollten uns hier in der Gruppe wohnen. Ja, you should come make a bed here. You could do it better than I can. I forgot about you. Make a nice bed and a person in there. I'm going with this here. Wenn wir von der Friede waren, von der wir waren, nicht eine Hüße waren, dann war es ein Fühlen-Telbe-Schlupen. Wir waren von der Lehre, wo ich an der ersten Welt bin, die wir auf den Fuß nehmen. Und ich habe ein Zeugnis hier von John Conrad Amiris, eine Relation von denen. Ich habe ein Zeugnis hier, wo ich an der ersten Welt bin, wo ich an der ersten Welt bin, wo ich an der ersten Welt bin, wo ich gegen Menschen gekommen bin. Ich sage, ich habe ein Zeugnis hier, weil ich mir an die ersten Welt bin, wo ich an der ersten Meeting ging, wo ich an der ersten Welt bin. Und ich habe ein Zeug, dass es ein Drog gewesen ist, wenn ich我有 im Gegenstand gefunden habe. Und dann habe ich an der ersten Welt bin, dass sie eineлично-Changevene gefunden haben, wie ich an der ersten Welt bin. dann ja verbauselt. Wenn die Energie haben, die haben sie zu behandeln, wenn die in der Früh auf der Stadt sind, die haben vielleicht. Wenn du, wem hier hat es sich dann bekommen? Wenn er sagt, das haben sie am Gesten ihren Körper verlotet, wenn er sagt, die Menschen, die Christen von den Freund, die haben die Gräufe, die dürfen sich nicht mehr aufnehmen. Das ist ja alles. Legal Access haben sie durch. Wenn die Lebegonsverhältnisse, Er sagte, der hat keine Kraft zum Gehen stehen. Er sagte, ich habe nicht interessiert, wenn er Jesus nicht lebt, weil er nicht interessiert, wenn die Menschen sind, dass er glücklich ist, er schwa. Ich bin so ein Kraft, so ein acht Stunden danach abgeholt und er hat sich verschneiden, er hat blutig gesäuert, und er hat die Kälte dort gemerkt, und er hat blutig getrunken. Er hat acht Stunden danach abgeholt, und er hat sich gefragt, wann hübsch ich noch mehr? Wann hübsch ich noch mehr? Und du hast den Menschen träumt. Wir haben von ihnen halbmal einen Traum gehört. Die Doktor hat seine Sleeping Paralysis, whatever. Du hast einen Traum, und du hast das Fals. Wer kann dort? Er hat zum Beispiel gesagt, ja, sie hält dich der Fals. Er hat gesagt, du hast er fehlgedrungen. Dann hat die Menschen, die Männer in der Früh zum Kopf gesagt, was er solle immer denken. Und was er solle dann, und was er solle dann. Er hat gesagt, das ist ein paar Menschen. Er hat gesagt, denn bei sie finden sie im Playground einen Spellplatz, dass ein Mensch den Verstand. Das ist alles. Das ist alles, was er hier kommt und umfängt. Er hat nur nicht, insbesondere die Leute, haben sie nicht jenig getrunken. Sie haben die einzige Leute, die einzelnen Menschen, haben sie jenig getrunken, die von mir haben, sie haben eine Terpats, und mit einem Gäste, und sie haben alle wieder gewassen, und haben diese Dinge zum Menschen geduhen. Sie haben sogar Furniture, haben sie gebraucht. Wer hat sie nur, die sind in den Hüsten, die haben sie gebraucht, und haben Furniture gebraucht, wenn sie gebraucht werden. Oder eine Gurdine haben gebraucht. Das sind andere Dinge. Manche sind gehaftet nicht. Die Dinge passiert ab irgendeinem. Und er sagt, du sagst, der einzige Mensch, der hat sich verstohlen, der erste Väter hat einen Fuss genommen. Man soll sagen, der wird einfach sagen, der ist ein Mensch, von einem Supernatural hat, du wirst den Bösen Fuss nehmen, und dort nichts zu merken, was der Bösen Fient geht. Der Mensch hat nicht tränen, sie in Schöpfung an können. Oder, yes, hat nicht tränen, sie in Schöpfung an können. Der hat dort muss. Ich sage, der macht alles an den. Ich sage, ich weiß, was er geschauft hat. Ich sage, der Bösen Fient, danach hat er noch eine Rote gefragt, ob es noch alles genügt. Ich sage, wenn ich das Wort wollte, 30 Minuten abliegen, in Bede, in Gott eine Rote fragen. Ich sage, dass er acht Stunden in Bösen Fient eine Rote fragen kann. Wie viel Zeit nehmen wir und ich zum Gott eine Rote fragen? Wenn der Bösen Fient kann es dort in den Schöpfung ein Rote fahren, in den Gäsen. Und es ist eine Wiese. Und es ist eine Wiese. Und es ist eine Wiese. Und wenn er das versteht, dann ist er aufgenommen. Wenn er das versteht, dann will er das machen. Dann will er das machen. Wenn er die Rote sagt, dann haben wir Angst. Aber dann haben wir den Bösen Fient, vorhin habt ihr einen Rote gefragt, ich losgeleute. Und wenn der Bösen Fient deine Macht hat, weil die keine Schöpfung ankommen, dann habe ich, wenn ich erst Jesus habe, dann habe ich den Macht, den über Seierfurt zu kreisen. Amen. Praise the Lord. Und wir wollen nicht veranderung haben, wie ich war, weil ich blieb, wenn ich nicht mehr kann. Von der Bösen war ich frei von dir. Wens sollst, wenn wir die Bösen Fient die Menschen vollstellen. Und die Bösen Fient als Machtlöse von denen, weil wir haben Macht immer in Bösen Fient. Auf Engels sage ich, Gott hat uns Macht geeft, um Strongholds durchbrechen. Wenn Gott die was geeft, dann sage ich, du weinst nicht, du wirst nicht was machen, weil sie sich oft hat. Wenn Gott in Israel wollen Kanan anbringen, du gehst 12 Steg gegen den Namen. Dann kommen die Hinschrecken, und sie sind riesig, riesig, wie ich als Nervös wäre. Dann kommen die Hinschrecken, sie sind. Dann sagen Leute, Mensch, wenn Gott ist, dass du ganz mehr dich schriegst. Und hier wie die Tiere in Grautemühle, was du hier redet hoorde, und da hörst du alle diese Tiere. Wo lewe ich von der, was ich weiß, die Leere, wo du kostet, was die erste oder vierte, und was die an der jästlichen Welt fertig ist alle. Wie nervös, wo ihr leert. Das ist eine Supernatural Welt, wo die weiße Fientland lebt. Wenn man wie in einer Supernatural Welt lebt, wo Jesus lebt, also du sie wollen meine Krofe starten. Und die weiße macht, kann ich die Fos nehmen. Und das Fank kann ich hier beinahe an. Nu haben wir alle Zalane Lüte in Böse Fient und mit Friat Hans vertellen. Nu haben wir die beinahe Fank. Ich kann hier rennen auf Schwindel rupieren von dem wo das Kopp an Hals. Wo du kost die wille ver du schlupe jas dort o Tritte hulen. Dann wo war sei wie sind die Folle die haben nicht leid an jester walt die färte. Wo fölkst du die wo die 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 mit die be gong sage ich nehm die von der an und von Jesus Christus die sind was die Sagen werden verdauen und ich nehm die die schwindel die danken die von an kum und ich nehm das an ich nehm die Fient die schrapp fuhrt. Wo fölkst du wer 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 sind die ohne wie soll Fient ich leide wieso wird bleibe ich in der Fient der wird zu uns niemals ehre go n wenn Fient in jeder Arbeit wird der soll uns beise und das soll wie schlecht ledig haben die Bibel sagt wenn du da versinn ich die nicht so na warte der johng sagt hey ich kann früher dalt wo das will ich so doch verschwere mir hat santi er hat das wovon ich im himmel sagen wir das nach schrauben ich so wie soll er da sein wenn bei sie fiend 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 stunden nach 7 johng werk ne jährlich wird so wie hir in wazifiend 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 ich bin in wazifiend in stadt wazifiend 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 altra hat 100% gold klar wo ne eue scherung ist gott von die will gott hat gold von und gesagt von eue ist eine scherung was he geführt hab dort hat menschen nicht frierte scherben wir sagen das von der welt die welt wird uns ganz anders polus sagt wir leben in dieser welt aber sie nicht von dieser welt und fährt ist das diese welt wird der welt fährt im fleisch von der wo wir würden um jesach zu gehen oder jesach ans friert gaf in kanada zu sein dann würden wir sein wenn ich sei moses die jesach zu ho ganz war wenn du die hat man noch frühe left er ist und er muss die schild weil sie können nicht bei sie getrieben hat die schlug ist die man schlug ist die schlug die man nicht frei war von wenn die schlug hat muss die schild die 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 Wie haben Sie gesagt, wir haben von Ihnen genut. Jesus hat es geheim, und dann haben wir uns viele Forts. Und dann sagt er, ich gebe Juntmach, das ist die Zahn, ich gebe Juntmach, das ist die Zahnstehung. Und dann hat es eigentlich nicht bloß, wenn er uns macht, hat es in der Baut, wie schickt die Rüte und die Zahnstehung, das ist die Zahnstehung. Und wenn ich, weil ich sie jetzt nicht mehr verletzte, dann stuhl ich, und ich lade da, und das ist die Zahnstehung, das ist die Zahnstehung, er verloten in einer Sahl zu machen. Dann sage ich dir, was du hast mich. Du hast mich gefühlt, was du machst. Du hast mich gefühlt, als du mit einer Sahlstelle schaffst. Hast du nicht das Vierter schaffst? Das soll dich so sagen. wenn ich erjagt mich und mein Gott denkt wenn ich mit deinem Früh befriede wenn ich mit deinem Mann befriede wenn ich mit deinem Mann befriede wenn ich alles bin, wenn ich es nicht groß genug bin wenn du Gott nicht groß genug hast zum Gott wahrnehmen dann bist du so ein Arsch ich kann für jahre und jahre das geht nicht das geht nicht das heißt, solange du nicht an der Dut dann bist du jetzt nicht mehr zum Beispiel, du darfst doch nicht den Kopf verlangen das heißt, dann bist du okay, dann bist du rein nur, nur, dann bist du nicht in der Bibel nur dann bist du nicht rein dann bist du nicht rein wenn Gott nicht mehr groß hat das ist mir für andere was wollen wir da mit denen die können die ganze Welt ansonsten die haben wir auch und nun kommen die nicht das klinisch verstand die andere das wird schuld sein die Israeliten die Israeliten mussten 40 Jahre in der Wildnis leben lebst du auch in der Wildnis wie die Jozef die Kirche und Jesua die sind die die wollen wir nicht merken da wird die einzige Weile die ankommen die anderen die ankommen die kommen die kommen die nicht nach wenn sie schnell kommen die werden die Wahlen zu fassen die werden die große riesenbahn die wollen die riesen zu fassen die gewonnen die gehen sie siebenmal die rieche rum und sieben die dachten sie siebenmal und dann hören sie so ein Schofar das blusen die man die Priester die blusen und die Menschen die sollen die graue die Welt beschrieben machen die Priester die haben ihre trumpets die blusen die siebenmal die blusen und die sieben die 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 siebenmal schreiten das sei es nicht können wenn sie siebenmal waren die die schlott vertaubt und die die kommen zur Daudi bahn so die leere die 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 trechte fette wo sie nicht sollen können die können nicht von sollen was passiert wurde der fette und glüven von der ober die 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 blusen und die 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 Am jetzlichen der Vater, in Dünag, so von mir als der Israeliter, haben wir, wie hat Jesus von dir? Aber Dünag machte ich, wir waren frei geblieben. Wir sollen nicht so viel, wir kommen worshiping und dann haben wir stehlen, gossipen, blüderen, Krankheiten, in Polen, und Ernst von der weg, gewaschen haben. Und sie nach, in der Bibelstelle, in der Bibelstelle, oh, halleluja, thank you, Jesus. Aber ich weiß nicht, dass ich bloß abgeben habe. Ich worship Jesus, ich klug sie. Und in der Bibelstelle, in der ich war, wie in der Früh, dann kam ich, ich habe einen Karten, und ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, worship, oh, schauntlich, ich sage, ich habe, wenn ich bin im Rack konnte, die meisten Rack publications haben, ich habe, Mama, 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 ich kenne heute, du worship, das ist crazy. Wir haben noch einmal, Check, es habe, was somit gesagt, ich sage, shut up, I'm praising God. Ich habe, ich worship, weIRin, 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 weirin. Das geht jetzt nicht, ich sagen, wir wollen, es geht nicht, ich noget. Wenn wir, wenn wir in der Sommerfahrt schwachen, wenn die Leute hier stehen, wie wir am Schneus sind, und ich habe hier eine Headlockbeine, und ich habe sie in den Holzbänen, und ich habe sie nicht verstanden. Ich habe eine Bucke und ich habe eine Flasche. Die andere Menschen beten. Wie ich? Ich habe das auch. Was ist ein Praying? Das ist das, was du hier bekommst. Mein Gott, ich bete. Wenn du auch alles hast, wenn du, ich bete was. Ich bin jetzt noch ein Beterer. Viele von ihnen lachen, die haben sie auch weggevangen. Das ist nicht in der Weg von Gott anbeten. Du spielst die Bösefien auch noch mit dem Verstand. Und ja, du sagst, wie Gott uns mag gegeven, um die Bösefien vorzunehmen. Was konnte ich tun, um frei zu werden? Wenn ich die Fähre komme, ich werde mich beten lassen. Dann war ich frei geworden, nicht so? Da kann ich weg von frei geworden sein. Aber wenn du frei geworden bist, dann musst du Gott in den Hut weiter. Dann braucht es für dich Zeit zu nehmen, die Bibel zu lesen zu tun. Du kannst die Bibel, die du lesen wirst. Du kannst die frei geworden. Wenn du frei geworden bist, wenn du nicht Gott in den Hut wirst. Du bist scheinsam weg. Dann musst du jeder sein nach der Ferne kommen, die frei wird. Und wenn du nicht was ziehst, wenn Gott im Hut lese, denn du nicht was ziehst, damit er tun wird. Wenn die Beisefien ziehen die Menschen, keine Nachtstunde nache blefen, und blut zufüllen in den Bett, wirst du immer wieder nach den Bett. Dann wird sich wieder nach der Bett. Und nachher habe ich beten, dass ich nicht meine Energie wegnehme. Nachher habe ich beten, dass ich nicht meine Energie wegnehme. Das ist meine Energie. Das ist eine große Verwaltung. Dann fragst du dir, was soll ich danach abgeliehen werden? Für Gott, wenn du das erstens sollst du danach abgeliehen werden. Ich muss mich treffen, Herr in Jeschrisch. Ich habe acht Stunden nach, wie ich das wenigstens war, wie ich die Bibel lese. Ich habe neun Monate, acht, zehn Stunden, jeder Tag. Ich habe zwei Bibeln kaputt. Wenn ich einen Mann in den Kurschuhl, wenn ich einen Mann in den Kurschuhl, wenn ich eine Bibel mache, wenn ich die Bibel auch nicht im Fernsehen habe, dann habe ich eine Bibel gelesen. Ich habe eine Bibel gelesen. Ich darf nur eine Fähre lesen, wo ich das Wort geschrieben habe, wo ich gerade von mir rede. Wenn du nicht die Bibel willst, dann kannst du ja auch nicht frei sein. Wir haben so viel Tät, was wir verbringen. Es spricht mit Menschen, was wir kennen. Ich kann das in Peter und Basien, weil ich die Bibel mal vorher und ich wollte, dass ich ein perfekter Menschen nicht so bad bin, sehen Sie, da kommen wir auch die Bibel mal vorher. So, ich habe die Bibel mal und mich hier mit diesen Ewa. Was fällt mir da so? Das ist auch noch, was ich sage, was ist Witchcraft. Paulus sagt, dort geht nicht immer ab mit meinem Nächsten. Check nicht in den Saal. Wenn du was frei bleibe, in drei Wochen, du brauchst nur Anstehen und du brauchst Gott sie im Wort lesen. Du brauchst Gott keine Lehre am Frieden zu bleiben. Ich weiß nicht, du kannst das Klien-Stab sich hier. Sei ja Gott. Und ein Beispiel, was wir von der Ort lehren wurden, habe ich das Stab gehabt, auf der Böse viel, nichts zu tun. Hier nehme ich den Fuß und ich will mir nicht, war ich ohne. Und ich will nicht, wenn ich aus unserer Hüse gefahren bin, mit den Hüse schlug. Ich will nicht, wenn ich aus unserer Hüse gefahren und meine Damen verursachen, den ich gelüter Ungewohnung habe. Vorher kann ich das Kapitel ziehen, für das Vieh lesen. Ich will drei Wochen an Vieh lesen. Wenn diese Welt, wenn wir auch in dieser Welt leben, kämpft wir doch nicht so aus dieser Welt. Woher sage ich, ich habe mich nicht bloß an der Laufraum, das ist von der Schaß. Ich mache mich nicht bloß an der Laufraum. Die Menschen glauben, ich mache mich bloß an der Laufraum. Und ich nehme bei sich erst das Fuß. Ich nehme bei sich Gedanken, ich mache das Fuß. Ich mache mir etwas. Ich mache mir etwas. Viele Menschen, wenn die von der Sonne war, wie hier war, wie hier standen, weil wir auf dem Avion fahren, wie hier waren, wo wir am 90-jährigen wie sie die Böse finden, hier hast du, wie nehmen wir die Fuß, hier hast du die von der Unterstattung da unten. Und wir bloß sind schon vor, wenn die von der Böse finden, der war krank, ich finde ich Fieber, wir wollen hier nicht und ich sage, du hast dein Verstand mit Gott verloren. Und ich sage, da unten in Jesus, du bist der einzige , wo ich Jesus in Krieg konnte, weil ich mich in die Welt verletzte, wo ich Jesus in der Krieg konnte. Somebody sagt, du hast deine Minderung und ich sage, Tom, thank you Jesus. Das war necessär für mich, um eine neue Minderung zu bekommen. Wenn wir auch in dieser Welt leben, kommt wieder auch nicht so aus dieser Welt. Dort die Gesellschaft, dort wie zum Champf von Brücken, stürmt nicht von dieser Welt. Wo war ich nicht lebendig? Rechen, du geschahst? Dort die Gesellschaft von wie Brücken zum Champf dort kennt nicht von dieser Welt. Diese Welt hat keine Fabrik in der Gesellschaft merken, wo du lecker hast. Ich habe die Ratsenkrise schon herumfliehen, Bomber auf die Ere, ein Gästbomber auf die Ere. Dort die Gesellschaft von du lecker hast betre, dort ist von Gott gemerkt. Kannst du jemand praise the Lord? Dort hat nicht wie gemerkt, dort hast Gott gemerkt. Dort ist das nicht von dieser Welt. Dort stürmt von Gott, sage ich dort. Und du, wenn du in der Haft dort eine Gotteskunft anst, wenn du noch bloß einmal negativ reden lässt, oder spielst dich was, oder jagst dich über irgendeine Menschen, dann hast du dich eine Gotteskunft, dann fährt die nach der Gesellschaft ab die Pücke, wo du Brücken und ich sage, dort kann jetzliche denken, dort furcht und soja vorst als zu nisch merken. Die Gesellschaft kann jetzliche denken, dort furcht als in soja vorst zu nisch merken. was? Wo sind es? Zu nisch merken. This is awesome. Wo wieder reich fährt. Könnt ich mit hier zum Spitäkelbrücken? Sorry? Wo reich fährt, reich fährt. Und wenn ich habe geschehen abgeflocht, er war Kristina. Ich soll er beisert. Und da war kein was in Hüß gekommen, wo der Ohr vor dem Kopf kriert. Wenn Kristina hat begleicht warte, habe der auf sich nicht tun, was sie tun hat in diesen Beisere. Und Kristina weiter tüs, wird will ich in Hüß und lebe war so fruchtig sein. Dann hat Kristina sich eine Chance zu wählen. Se hat so ein Willi der Wenn es so weiter Und Kristina hat sich frei a Schufahr zu nehmen, in Hüß was wir hier in die Pfosten haben. Ihr seid dann zu Wort. Ihr seid dann dankbar, dass das nicht herrscht. Ihr seid dann nicht herrscht. Und dann im Reaktor auf der Pfosten, früher haben wir nichts받achen. Wenn ihr jemanden kam, ich in den Leifern und das Schafen kam. Ich nehm dann die Pfosten, die ihren Kopf haben. Und mein Stich von ihr aus. Und dann habe ich mitgefangen. Wenn ihr euch nicht harrt, dann wurde ihr euch mit begleiten. Wenn wir die Pfosten haben, denn ihr wollt sich und die Hand geben. Oder? Die Verlote. Das ist die Wahl. Und ich glaube, ihnen ist wichtig, dass sie in ihnen keine Wälder hier sein müssen, und ich glaube, sie kamen nicht damit an. Und in den Territorium, das sie in den Häusern, sie haben die Wälder hier nicht mit dem Angehörigen gesetzt. Wenn ich keine Wälder hier gewählt habe, dass man sie nicht auf die Häste kommen muss. Hast du sie gemacht? So dass sie alles beizubringen haben? Wenn sie sich in uns sind, sie haben auch die Friede, Der kann nur noch nicht mehr machen. Wenn du die Kinder in den Hüsten kommst, die sind super, oder die sind nicht gleich. Du kannst deine Stuhlbühne, du kannst du dir 90er Haar, sauber Haar, du kannst die Kinder in den Bade aneutern. Hier bei den Bären, wenn du nicht von dir in den Hüsten kommst, dann hast du dich nicht gemacht. Du hast keine Freiheit, um hier in die Hüste zu kommen. Hier bei den Bären, als Jesus, und hier bei den Bären im Aktor Olafsfors, was hier bei den Bären ist. Ich habe keine schwingliche Dinge bei den Söhnen. Wenn du so nicht, dann kommt der Junge in den Hüsten, rein, super, bericht dich doch nicht, ich habe keine Ahnung, du sagst, Jesus ist doch nicht mehr dauernd. Verschwingt das. Du hast dich, was in den Himmel gekommen ist, ist das? Du hast hier alles herrliche Wett. Das ist nicht so gut, wenn du dadurch in den Bären bist. Ich habe das nicht. Eigentlich ist es noch nicht perfekt. Weil ich habe mich nicht, wenn das eine Krexis, das geront hat mich nicht länger. Wenn irgendwer nicht erschreit ist, ich habe mich nicht länger, weil ich eine Frau, der denkt doch noch, Steuergeld. Von der und der von mir hätte ich eine Hüste, ich habe mir gedacht, was ist super, ich zahle dir noch einmal. Wenn ich die Frau, ich habe eine Frau, hey, was kann ich da noch für dich? Ich sage, ich will, 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 ich will. Dann sage ich, du, hier, störtst du noch mit der Beine? Nur, 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 eine Beine, eine Pfost, wo die Beine viel, haufe, die kommen, die saßen, nur, und dann sagen, das ist mein, das ist neu. Irgendwann, was verschwört, nur, 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 ich war nicht, ey. Da, hey, kann ich bitte für dich? Na, der Fall ist nicht so schade, ich schlobe, ich will nicht, ich habe, wenn ich habe, ab de, aufzeichen, ich höre, ich will nicht, ich schrei. und ich bete für den und ich bete für den und ich sage ich lege dich du kannst mir gleich du kannst ihn nicht du kannst du dich dein Kind den Kind den Kind den Kind ich lebe ich lebe nicht die Das hat alle Dinge, das hat eine Last und was auch immer. Wir haben so viele Dinge, wo die beiden nicht einen Schwindspanner drehen. Und das kann ich nicht verstehen. Wenn die das von der Art auch nicht essen, aber wenn die das nicht wurscht aufmerken, das wurscht die ein Nacht daunen. Und wenn du den Kind mal ein Herblatt nehmen, in den Bede, was die nicht merken, wird dann alles was beleben. Dann fehlt die andere. Das ist alles, was wir von Frieden waren. Ich war von Frieden, ich war nicht mehr gewohnt, aber ich war nicht mehr in die Blüte. Dann hör ich hier auf alle Böse und ruhig und sag, hey, Gott, lass, was haben wir von Frieden geblieben? Gott, lass, was haben wir geblieben? Wenn wir die andere Töme auch von Böse geblieben, dann waren wir die Töme. Nun ist es da ab dir, ab dir, ab dir und ab dir. Du und ich wollten nur, wie ich kann. Wenn ich ein Vorsitzende, Paulus, weiß ich hier noch wieder. Ihr sagt, wie ich kann. Ich sage, ich denke, du nirgst mir. Du sagst gleich, ja, aber du wolltest nicht von mir gehören. Du wolltest nicht von euch durchziehen. Du wolltest nicht von euch, wo du erlebt hast, mit so einem Ohlend. Du wolltest nicht von Jesus verdient. Und wenn du schlechte Gedanken hast, du bist, du bist, du kannst die Vorsitzende, wenn ich anders schaffe, vor ein Töme zu bete, du streichst dir denke ich, was boom, das war wahr. Die Leute von uns, die haben den Töme als Demonic, den Töme als ein Schlädel, zum schlechten Gedanken aufschwetschen. Und viele von uns, die ihr den Schlädel, was Gott anzieht, hat, den ihr in der Weise fängt, was die Weise think kann. Hier war noch ein Schwetschen, noch ein Schwetschen, das ist der Wahl. Wenn, von dir, die weiße, die finden, den Schlädel hat, von dir aus, der Latzer da, von dir aus, was wir den Töme holen. Wenn er braucht, der Putter von der Halle durchbräckte, die haben den Schlädel, was wir den Töme holen, war wir da unten. Viele von uns bleiben, ja, mit Porn, oder mit Schwinschen, oder sowas. Du hast, die weiße, die finden Schlädel, wenn du von der anmütig warst, du warst ganz discouraged, dann hat der Beise finden, nach dem Schlädel zu mir geöffnet, wo die anmütig sind. Und wenn du Beise finden, die anmütig hast, dann kann er sein, zu dir sagen, was du warst. Es ist einmütig, das ist eine Entschärung. Flipper Kapitel feiert, weil ich sage, das saß da, das ist eben, fröhlich, scharf dich, dann sagt er, noch einmal sei, die sie scharf dich, so dass meine Schuld, weil ich nicht scharf dich sehe. Wenn du beise finden, die Schlädel von der anmütig hast, fügt die nur anmütig, erst aufgerutscht, holst du den Schlädel drei von dir. Denn Joy, was du beise finden, die fügt die Stühle hat, den kannst du auch drei kommen, drei holen. Wenn du beise finden, die Schlädel hat, zum Diener wird auch und aufswätschen, den kannst du auch drei holen. Mein Schlädel hat, der vor jahre geholt zu mir, die Schlädel hat. Und dort, das ist ein Denkheit, sag doch, das fahrt ich. Die hätte nicht dabei sein, das soll ich ein Schlädel haben. Das war so. Der hohrtich mal amt, das sei ja. Dann weint ein Tröbelwirr, dann weint ein Ohne, komm und dann weint ein der Willi, mein Telefon, dann weint, kostet sich das für mich, 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 kostet sich das für mich. Rudi, war halt noch Bede für dich, bei der Grube wird drauf, für dich, wenn du das jetzt sagst. Wir fährten, was du bist, wo du warst. Und du setzt so ein Armeck auf dich. Dann würde ich gerne sagen, hey, Jeffrey Christoph, wie soll du Bede für dich? Du setzt so ein Pfähn, wenn du mein Mann steifst und Hortschlauchst, in der Sitzung, auf diese Frühe, auch in der Burg, auch in der Tänze, auch in der Gute, so, wie soll ich Bede für dich? Wie viel passiert das dort? Ich bräuchte ein Gebrüder, und dann möchte ich zu meinem Verstand befreien, ich sage, ich will Bede für dich, mit Verstandsdurchsein, wenn wir an dem Gebrüder reden, wenn wir ein Häuschen fahren, so, woher habe ich Bede? Wer hat nicht? Und dort war der Bede für dich nicht leicht. Dort war der Bede für dich nicht leicht. Der Bede für dich nicht, weil ich sage, mit dem Mann, der hatte die Frau, mit dem girl, der wurde die Frau, und mit dem war der Bede für dich nicht leicht. Ich habe mir gefeuert und gesagt, und ich sage dem Bede für dich nicht so, ich sehe meine äldre, die Familie gut geboren, ich sehe in Gott seine Familie gebe, du hauern das nicht so. In dem Bede für dich nicht gehörsam sein, in dem Bede für dich nicht gehörst. In Gott sei Dank, von der Brücke, wenn ich meine Doten schült, als das im Old Testament wie, von der Brücke habe ich frei gebrochen. Psalm 109, versuch auf. Sag ich, Psalm 109, versuch auf. Das ist bloß. Gewollt ich. Psalm 109, versuch auf. Proff mal zu kommen, wenn ich habe. Psalm 109, versuch das sehr klar. Ich habe das Wort empfohlen, und ich habe nicht in die Sinne geboren. Ist das sehr, sehr klar? Was sage ich dann? Weil wir hoffen da alle. Ich kann die Bibel empfohlen. Ich kann meine Bibel empfohlen. Ich kann es nachher beaufträften. Ich kann es uns dort versprechen, dass wir uns dort was für den Sinn weghellen. Nein, das ist nicht. Und das versprechen, ich habe, dass wir Gott die Wort, wo er an uns hat, helle. Wie kann ich Gott die Wort hier bei der Höhle? Wer weiß? Wie kann ich Gott die Wort hier bei der Höhle? Das Lese, Lerne. Das Lese in dem Umwandern in meinem Leben. Das Praktische, was du bei der Sage. Ich komme mit dieser Bibel, das sei auf meinen Höhle, das ist die Welt, halt mich nicht. Weit ihr, was die Menschen, die die Bibel am Höhle, die an die Sampel am Höhle, die an die Beuste wird gehaftet. Ich habe 20 Jahre gefahren, mit meinen Bibel am Höhle geholt. Ich bin die letzte Höhle, die du kannst immer in dein Leben finden. Das bedeutet, die Renner, das sage ich am Höhle, nicht um Höhle. Und wenn du am Höhle hast, dann möchte ich die Bibel schauen dir. Dann möchte ich lesen dir. Wenn Matthäus Kapitel 4 kommt, die Böse fügt mit Jesus und die versiegt den durch. Wie wollte ich alle nicht so? Dann hat er den Bösen an, dann hat er eine Wüste an und dann verspricht er, dann hat er immer alle gesagt, dann darf er die Bibel sagen. Und dann hat er einen Klienpass vor drei Jahren, und ich komme und sage, was hat Jesus jedes Mal? Denn Jesus nimmt auch die Schrift und mit dem Bibel leckend gesagt. Die Schrift im Bibel die Reiche, die Wort hat, leckend für mich gesagt. Das wurde das. Und sage ich dem Bibel, ja, aber wenn du wirklich Jesus passt, dann merkt man von dieser Steinmeer Brot. Ich sage, warum geht es nicht bloß? Und boom, dann wird er gewusst haben. Nein, einmal tisch in die Überbruchung. Wenn Jesus dort wird die Dunahe von der Steinmeerbrot merken, dort meinen sie, für Jesus Triebel, dass er Gott sehen, sehen wir. Jesus Triebel verhältnigt, dass er Gott sehen, sehen wir. Er wird dort gobsnab. Er wird so nah, er dürfte ein Turnpoint prüfen. Wenn irgendwer nicht hat und sagt, warum geht es dir, was du bleibst? Was tun wir dann? Dann striebe ich mich, wie wollte ich Martin? Jetzt, wo die Bibel seichnen, boom, es tut leid, das ist die Entscheidung. Und wie war er an einem langen Punkt prüfen, so eine lange Stilie aufhören. Du bist so ein Supernatural. Okay? Wenn du ein Supernatural lässt und du mal den Kindern haben einen Halblatt und bringen sie zum Bede, dann hier ab. Dann war ein Change mehr. Wenn ein Supernatural bleibt, wenn ein Hüß kommt und der Bösefiend hat ihn schlädt und sagt, du musst dir was da sein, dann war er nicht mehr. Gleiches ist der Bösefiend, das ist, wenn Ramirez passiert, ich will nicht meinen Christen sagen, was ich von den Christen sagst, so eine schwache manche ist, dass wir, so wie ein Spuss von mir sind, vielleicht nicht. Heute hat der Krupp von Bösefiend heute hat Meier aus, von der sie alle Christen hat. Wenn so eine Diener mehr ist oder von jener Familie, was ich von den Glover von dir hat. Sie ran von der hat. Aber das ist awesome. So eine Familie von New York von der Glover und die hat ist der von Elisabeth left. So eine Familie von New York von Meier von Ritz ist für eine Religion Deutsch. Wir haben alle eine Religion Bahn was. Die Bahn sind ich Sie sagen. Sie sind die Religion die Franz ist und die Ich sage, du hast nur eine Religion, da kann ich bloß nicht die Fehler abholen. Ha, ich fahre, ich merke nur dort, wenn ich im Supernatural ziehe, ja ich habe. Und ich habe große Fehler, ich merke nur dort. Whatever du machst. Wenn du noch krankst, wenn du einen Fehler hast, ist, wenn du in der Religion bist, dann haben wir uns nicht nur ohne Schmutzheller. Wir haben vier Teachings gehört, wenn wir uns jetzt als ganz nie waren, wenn wir in der Geburt waren. Das flirschte nicht, das läuft hier in dieser Weltbahn. Wenn wir in der ersten Jahre dort flirschwörtig berühren wollten, der jetzt wollte ich flirschbelehrer, wollte ich einfach nachbeziehen, nee, da wollte ich einfach nachbeziehen. Ich habe 40 Jahre der Religion, der Schütz-Sutgesellschaft geboren. In der Art, wenn ich abrühre, einmal mit mir lehre, ohne Schmutzheller war dort. Und wenn wir uns flirschst, wenn wir eben ohne Schmutzheller, ist dort dort, ist eine Religion geworden. Diese Allah wollte wie ich Herrn dort vorstehen, was wir in der Religion einmal gesagt haben. Viele Städte, wo wir lehren, ja, aber ich sieht, wenn wir in der Religion waren. Und es wird gotthaft, die nicht in Großabbachricht gemerkt. Und du wirst, dass ein Großabbachstabraum hatst du gebraucht. Gott hat dir nichts dort gemerkt. Gott hat dir gebraucht. Gott hat dir gebraucht. Gott hat dir gebraucht, dass du in der Viertel der Person warst, ab dem Beisefienzigen gestorben. Dort, wo Gott die Fähigkeit gemerkt hat. Gott wollte ich, dass ein Großabbachraum hatst du sein, weil du verschwindet. Und du sagst, dass ein Beisefienzigen gestorben ist. Und du wirst, wo 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 du wirst. Aber es ist eine Religion, die die nicht ab dem Beisefienzigen gestorben ist. Eigentlich hat mir die Schulte nachfass... Da hat mir Leute über... Eigentlich hat der Schulte nach... Beisefienz aus dem Hirnpfost gebungen. Das ist hier im Städte, wo die Beisefienzigen drin ist. Ich sage, ich sage, dass wir nicht vorab, wenn sie in den Territory ankommt, konnte er uns noch stellen. Niemand muss von dem Wachbleib. Weit ihr was? Du hast es mal, die Rats der Läse, die ich in den Schulten hier erwähnt habe. Ich weiß, es ist eine Läse, die ich nicht erwähnt habe. Die sollen hier während ich berufe sein, und uns alles trehholen, denn sie finden hier ein paar Pänkere, wo die nachher werden die Mark holen. Du hast von Gott, wer du so sagen. Wir sind nicht bloß. Die wollen nicht, die Menschen. Polis sagt. Okay, das lässt der Geschwaffe. Ich glaube, das sind völlig kleine Militieren. Du dreh mich schaust, wie Polis sagt. Du sagst, mit dem, was Gott uns zum Charme verreut hat, der Gott hat was reingestellt. Gott hat diese große Fährerschaftsfahrung verreut, die in den beiden vielen Tod waren. Warum fliege ich denn nicht auf einen von dir? Du sagst, mit dem, was Gott uns zum Charme verreut hat, dass wir alle Gedanken tun, und alles, was hier in Framüt sitzt, über uns hindert, Gott immer wieder chancellieren. Wir nehmen alle Gedanken vorst, dort der Christus gehorche Mathe. So, du kannst dir die Gedanken vorst nehmen, dort der Mathe Christus gehorche. Aber wenn du dich nicht auf den Fährerschaften abwürgst, dann wirst du dir die Gedanken nachher, was du auf den Pfosten nehmen. Dann wirst du dir immer beinahe blieben. Ich würde nachdenken, ich würde mal vor dem kleinen Kapitel ziehen, wenn ich zu volllese. Das ist sehr lustig. Ich freue mich, dass ihr nicht mit dir kommen, dort ich, wo er ganz trist ist, wenn ich in die Hand komme. Nach dem anderen steht, Paulus, ich würde nicht mit dir kommen, wenn ich mit dem Stock gekommen bin. Wie dann war ich der Krieg. Ich sage, ich würde nicht mit dir kommen, dort ich, wo er ganz mit dir kommt. hier ins Badou kommen. Dort, ich würde mit dem Gott trist sagen, wenn ich, wenn ich komme, ich reagiere so direkt zu Jüter sein. Paulus reagieren nicht bloß, hey, du bist ein Fiendchorrat, du bist ein Fiendschirm, und sie sagen, das ist das Wort schwierig. Jetzt sagen, du bist nicht mehr, dein Hörig, du bist ein Fiendschirm, du bist ein Fiendschirm, Polus sagen, nein, nein, alle haben, deine Entscheidung, hast du es auch zu mir. Dann wirst du auch abhören. Das ist ein Paulus, sage ich, Ich habe ein bisschen Hohen, Hohen. Stop it. Das ist was Paul sagt. Und hier sagt er, ein Grecken sei adriest zu deuten sagen, die du meinen, dort wie bloß menschlich sind. Wenn du glaubst, dass ich was menschlich sehe, wenn du sagst, dass du was menschlich bist, dann hast du noch keine Reutschaft zum Fährte. Paul sagt, wenn du glaubst, dass ich bloß menschliche Säne sehe, dann hast du das Säure erreicht. Und wir sollen uns dort lehren, dass wir nicht bloß menschliche Säne sein werden. Wenn wir von der Brücke, dass ich von der Brücke auffluten kann, dass ich frei geworden bin, dass ich von der Brücke frei geworden bin. Wer hat von der Brücke, dass wir in Künfte Fährte haben? Wer hat die Säne, dass wir Dinge loszuluten haben? Und dass wir überwenden machen? Wer hat die Säne, wer hat die Säne, der Brücke unten ist, wer hat die Säne, wo wir abschüllen. Wir wollen von der Brücke, wir wollen von der Brücke, dass wir das Bede, Durch die Säne, wir wollen die Frauen kommen, doch wir sagst, wir wollen die Frauen sein. Die wollen von der Brücke, wir wollen den Früchen benen, und wir wollen von der Brücke, nicht mehr Träume, denn wir wollen die Frauen kommen, wenn sie an die Fährte kommen. Die haben wir von uns, die beinahe haft nun macht er war eine euren ohne zu beten du hast nicht eine meierkauf ist der nächster wie haola der salge den salgen jes reumak peter 8 auch für auf sagt er jes wird jesus von dort abgibt er wohnt nur an die und wenn du bei sie finkt was von die geschule haf war wir haben da habe ich so eine weil ich kann die bei sie erst mal vorstehen wo wir der fertig haben weil wir gehen die gehen die gar nicht haben da war ich bloß von der oder 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 dachten man den positiven maria die haben sagt hey du machst das noch nicht los dann sage okay da und schon für mich denke ich hoffe ich wollte von der auch noch los worden an der städte die war und wir haben uns wieder einen Weg zu tun. Ich würde das vornehmen, wie wir noch einmal sein, weil uns viele Leute in der Unterricht machen, auf dieser Welt. Und wir haben alle klar, wir wurden von denen, weil wir in die Hüße kommen, da waren wir, weil sie viele Beine streiten, so werden wir nicht mehr Beine schlupen, wir wurden auch eine Beine schlupen. Wir wurden uns beide beten, und wir wurden uns verstorben, wir wurden nicht weiter, und wir wurden uns verdient, wir wurden ja zu verstehen, Wir können uns zu sprechen. Wir wollen also zusammen mit ihnen sagen, wer warst du, was du immer in der Bibel? Wir haben das für die Bibeln, wir wurden nicht sofort hinzugeblieben, wir wurden nicht einfach in der Bibel, mehrfach in der Bibel, wir wurden einfach in der Bibel Hüße gebaut, dann können wir einfach in der Bibel zu bekommen. Und wir wurden immer friert, dass wir Gottes Willen, hundertprozentig waren. Viele von uns haben die Hunde, aber wir wollen nicht, dass Luther gut bemerkt wird, wenn wir uns aufmerken, für den hellen Jäsen. Du könntest vielleicht auch schulden, Luther. Manche würden vielleicht denken, du hast ihn verstanden verloren, aber du könntest vielleicht auch eine Wester verlieren. Ja, aber ich kann also sagen, wir sind besetzt von Beusefien. Luther sagt, wir sind besucht, heute sind die jüngeren Jünger da, das ist auch wieder dein besucht. Das wäre auch wieder ein besucht von hellen Jäsen. Wer will nicht besucht sein, sondern von hellen Jäsen? Und wir waren Musiker, wir waren auch schon, wir wollen beten einer für den anderen. Und von uns, wer will gebeten haben, von uns, den Menschen, die jeweils von gebeten haben, und weil wir von dem auch frei waren. Von jeder Beuse denkt, wo die Beuse finden, als wenn wir von den Fütenstuhl haben. Vorher geht den Himmel, ich danke dir, ich glaube dir und ich preis dich. Weil du, dass du bist gekommen bist, wenn du bist zu kommen, und du bist zufriedenstest, und du hast die Gesellschaft gebeten, und dass du jetzt der Welt gebetenstest, den bösen Fünfte Bingen, und ich preis den bösen Füten in die Kühle, dass ich von der Welt meine tue was bin. wo uns alle Beisehöhle, wo uns alle Menschen haben, wo wir nicht fertig sind, wo wir den Krieg wurden und uns verstohnt werden. Und nun von Jesus Christus, den Geist von sich selbst, staut mir ab. Ich berede den Ofen von dir. Ich schaue den Furt, ich nehme den Fos, ich nehme den Gefangenen, ich schaue den Blut an und ich schaue den Ofen an. Da habe ich keine Macht mehr. Und jetzt von Stolz sein. Und nun von Jesus, der nehme den Fos, ich schaue den Trin in der Halle. Und jetzt von Inkabich sein. Und nun von Jesus, wir nehmen den Fos und ich schaue den Trin in der Halle. Ich nehme den Verloten, rennen für das Null von Jesus. Und jetzt von Lost und von Pornwatcher. Und nun von Jesus, ich nehme den Fos. Und nun von Jesus, ich denke, wenn die Klamotionen befreit werden. Ich nehme den Fos. Ich nehme den Blut von Jesus fest und ich komme in die Dieste nach. und meine Ad��ungen sind der Fall prêt nicht, sich keine werfen, sondern sie spvert 오면, ichMesse steig nicht. Ich nehme den dopo. Und jetzt von der Pornwatcher. Ich nehme ihn auf den Fos. Und jetzt, ich nehme den Fos. Ich nehme dich oft noch auf der Wellness. Also habe ich mit den Fos und ich schaue den Fuß. Ich nehme die Fre IV from therefore. Ich nehme die souls für die Leute fest und ich nehme den Fort. Es gibt die Jaerste. Es gibt die Familie. Die Jaerste. 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 Anxiety. Depression. In den Namen Jesus, I'm bind you. I cast you out. In den Namen Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Ja! Alleluia! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus!